so hallo und willkommen zurück so wie ihr seht wir haben wir wollten was weiterbauen wir wollten die aufnahme starten dann ist aber da ein creeper runter gesprungen und dann ist alles explodiert eigentlich ist es losgegangen mit dem babyzong nein der creeper ist ja es gekommen er hat zuerst alles in die Luft gesprengt und dann wir müssen das lockt dazu machen hol mal du Glöcke aus der kiste und mach mal zu ich bin nämlich da an die zombies ok wir haben hier einmal zwölf marschneiden er macht dann einfach dazu dass wir da wir brauchen nur die halben kisten oh nö unsere dinge sind auch weg hoppa ja da sind drei hoppa flöten gegangen oder zwei da sind die da reingefallen nö natürlich nicht aber unsere halben treppen für für oben ok also zumindest das es ist zu papa super wie komplett wie zu du musst doch von oben zu machen es ist doch zu ne ist es nicht die fallen da runter mach da unten zu und die wände hochziehen ach so ich dachte ich soll da oben einfach schließen da wo sie runterfallen ne warum na das soll doch unsere fahn werden ja mach da zu da herunten mal den boden bitte zu ok unser schneemann ist übrigens auch gestorben der hat aber schneebälle auf die monster geschossen und hat sogar schaden gemacht aber auch das hätte nicht überlebt was hab ich da in einem blauen stein ach so ok so also ich werde oh ein Ei voll der helf ja voll du bist voll der minecraft profi der sterbster ohne worte ohne worte ja der ständig stirbt ok spaß beiseite wir werden jetzt da probieren dass wir das ganze wieder ein wenig herrichten und machen und tun ähm zumindest haben wir unsere unendliche wasserquelle noch wir müssen auf alle fälle hast du das jetzt schon so zugemacht wie es gehört oder noch nicht nein weil ich noch nicht ganz fertig bin da müssen wir auf alle fälle wo hast du jetzt genau zugemacht da ja ok also wir müssen da die halben blöcke müssen wir da setzen irgendwo ist der gerade runter gefallen und gestorben das war ein Hase ein Hase wo ist denn der drauf gefallen dass der gestorben ist keine Ahnung der ist in der luft gestorben wie kennt das ich hab keine ahnung wie das funktioniert hast du jetzt allen schnee den wir gehabt haben verheizt nein wie viel hast du noch gar keinen ja aber du hast ihn hergenommen statt dass wir unseren neuen schneemann machen und du die anderen blöcke hernimmst ja ja unendlicher schnee vorrat unendlicher schnee vorrat oh wir haben noch sieben das geht sich nicht aus ich kann zwei blöcke machen ja zwei blöcke heißt ich kann wenn ich zwei blöcke habe wir bauen wir bauen einen schnee unseren vierten schreibt mal in die kommentare der vierte ja ich glaube der dritte schreibt mal in die kommentare schreibt mal in die schnee 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 machste da vorne ist ein Loch so da meine ich so da meine ich auch also ich werde mich heute um den bonblock kümmern weil du machst das irgendwie so ja sicher mache ich das ich bin da voll fleißig dabei wo bonblock schau dich an wir haben einen schneemann so was tust du? du musst doch zuerst zu machen ja ich habe aber sonst die schneeblöcke nicht abbauen können du bist ohne worte hast du jetzt zugemacht ja gleich es ist gleich zu ich habe wegen dem monster nicht zu machen können dann sitzt das falsch ja ok dann sollten die da reinfallen ok passt jetzt glaube ich jetzt ist halbwegs fertig also kümmerst du dich an den bonblock oder nicht? ja nein bonblock ist mein ding oh wir können die kiste nicht mehr öffnen warum warum habe ich keinen block drüber gesetzt warum setzt du denn einen block drüber? einen block drüber gesetzt weil ich keine stufen hatte jetzt habe ich welche ja dann mach das kurz da ich kümmere mich mal ums der ist schon wieder gerade ein Hase runter geflogen der ist doch wurscht aber das ist meins wohl ok ich setze mal unsere karotten hier fleißig hier ist schon hier ist schon Skelett ja dann brauchen wir ein Schwert ja dann auch mit Hand oh da ist schon ein zweites da ist der Schwert der Creeper sieht dich nicht boah ich schreck mich immer mach dir doch ein Schwert warum machst du dir kein Schwert? was tust du? kümmerst du dich jetzt um den bonblock oder nicht? ja mach du das ich habe Angst ja ich brauche ein Schwert ja aber er explodiert nicht oder? er wollte explodieren ach so ein Quatsch er kann dich doch nicht sehen hat er aber kann er aber nicht ja ich zeig dir dass das funktioniert oh da ist noch ein Hopper wenn er explodiert dann ist es deine Schuld und außerdem ist da noch ein Skelett drin ja und das sieht dich auch nicht hast du ein Schwert für mich hast du Stein Stöcke irgendwas wir haben alles verloren ich habe einen Stein in anderen Spielen würde er heißen Kleinstein aber es passt schon ja jetzt ist es kein Kleinstein es ist mir schon klar das ist ein Kleinstein was tust du? die Kühe abschissen warum? der stirbt doch nicht mit einem Schuss ja und? das ist eine Spinne ich weiß was tust du jetzt genau? da fallen die ganzen Hasen runter einfach ignorier was tust du jetzt? mach irgendwas ich kenne mich gerade nicht aus mit Tuff kann ich nichts machen ich wollte den nicht betrachten ja du hast den nicht geschossen oder? die ganze Zeit da fallen wirklich die ganze Zeit haben wir noch ein Ding? eine Axt? da schau die wollen explodieren sag ich doch Fernkampf nein nichts Fernkampf geh jetzt weg mach den Wohnblock du Angsthass ist unser Villager noch da? was tust du? Spinnen töten oh ohne Worte was? Bibi Kuh süß haben wir noch ein Bild nein das ist nicht mehr da das ist toll das tut so kümmere dich jetzt wir haben ihn gefressen genau die Zombie kümmere dich um den Wohnblock gib mir bitte eine Spitzhacke wenn du hast ich habe keine Spitzhacke dann muss ich mir das Holz eine Spitzhacke machen dann muss ich Stein zurück mit okay ich brauche ja selber auch eine Spritzhacke eine Spritzhacke brauchst du das ist gut so ich mache die jetzt mal brauchst du eine Schaufel? nein nein ich gebe dir aber eine Schaufel weil für einen Wohnblock brauchst du vielleicht eine Schaufel dann hole ich eine Spitzhacke ich hole uns jetzt mal Stein also du kümmere dich wenn es so lange geht wenn der Kieber schon wieder deine Farbe explodieren lässt dann bin ich nicht schuld ja ist mir egal der wird schon wieder explodiert das ist egal das ist egal das ist egal das ist egal wenn du unter den Hopper sitzen müsst dann würde ich dann nicht was war das? das war ein Klupe das war ein Klupe wie kommt denn rein? oh ok da hängt noch einer rum ich brauche Stein und ich habe keinen Stein der hat gerade die Treppe kann das sein dass der die Treppe da weggesprengt hat nein ok passt nein die Treppe steht noch aber es repariert was war noch nicht was? ich dachte ich habe falsch gesetzt nein doch nicht was ist auch repariert das heißt also ich kann da wieder hier muss wieder Gras hin warum? weil da wieder Gras hinten rennen muss das ist eigentlich nichts also wenn ich da unten Hopper platziere ja dann müsste der da reinfallen meinst du oder was? ja fällt es da ja nur automatisch rein ok also wenn ich da dann kann ich einfach du kannst den Hopper unter dem Ding da nehmen ich habe einen Hopper in der Hand ach so aber wenn ich in der Kiste eine Kiste mache eine Einzelkiste du hast doch hier eine Kiste wo? na da wo? ja da da wir haben doch so viele Kiste noch irgendwo wir haben doch so viele Kiste noch irgendwo da mache ich mir kurz eine Kiste da ich habe das ist Sand haben wir irgendwo holz hast du eine Schwitzhacke? was? ja auch was holz aber ich habe viermal Stein kannst du mir den Steinschuss abnehmen? ich kann denste rausschmeißen da nimmst du hast du den Stein nicht ja das war ich da da ja da wirfen den Hopper da so hab ich hast du Stöcke? ja da ja jetzt haben wir den Stein drin? ja ja ok ich kann den nochmal eingeben ne ich brauche was wollte ich jetzt eigentlich? ich wollte Holz ich wollte ein Ding machen eine Kiste dafür brauche ich Holz haben wir noch Holz? keine Ahnung ja in der Kiste unter dem Wormlock in der Kiste unter dem Wormlock da ja da haben wir einen das sind vier das bringt mir nichts das sind doch zwei ja aber zwei verschiedene du brauchst die dasselbe einfach nur dass du eine Kiste machen kannst da kannst du nur zwei verschiedene Holzarten eine Kiste machen achso oder gibt das? ich weiß es nicht ich glaube nicht ich glaube du hast dieselbe nein stimmt so jetzt habe ich drei drei sind zwölf und drei habe ich noch sind 16 Achtung Chicken Alarm ist mir egal ich habe einen Wünschung schlagen wenn das Rotterpferd ist er selber schuld sieben oh sieben nein das geht nicht schau noch nicht nein das geht nicht aber ich brauche noch ein Holz ja was war das? ich? was hast du abgebaut? eine Seelaterne eine Seelaterne eine Seelaterne cool ja stopp mach weiter mach deinen Wurmbl ich mach weiter ich auch nicht wenn du mir sagst dass er aufhören soll mach jetzt mal au rein weg ui aber nicht zu dem Creeper ok wir brauchen wieder einen Villager passen nicht da viele drin das funktioniert eigentlich voll gut mit dem Creeper wird das aber nichts weil er sieht dich schieß einfach rein irgendwas ist da ja ein bisschen cool ok ich mach jetzt zuerst mal was brennt denn da? ne da brennt Holz wir brauchen da was anderes ich hab einen Stein super dann setz den bitte da wow vorsicht das ist die Mutter der Porzellankäste stopp tu mal den einen weg bitte weil ich muss da hinkommen dass ich den Hopper setzen kann und lass den einfach weg den brauchen wir eh nicht eigentlich und das da können wir eigentlich auch wegbauen kurz mal zumindest was tust du? ah das ist gut dankeschön warte 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 zack ok ich hab den Hopper platziert das darf auch nicht brennen oder? prismarin brennt nicht oder? brennt nicht das sieht man da das schaut schön aus und ich hab grad den Weg hier vergrößert das heißt du kannst sie wieder ganz zu machen kannst du noch ein paar Fackeln setzen dass da nicht alles so Fackeln? ja ich möchte Fackeln da oben dann platzieren haben wir Fackeln Stücke wir haben Holz ich hab Holz ich hab Holz hast du Holz? kannst du Stücke machen? ja ich hab Holz warte ich mach den da und dann mach ich den da so ich mach jetzt mal ich probier mal da hinten ich mach Kohle ohne zu sterben hoffentlich ohne zu sterben wenn wir nicht alles in die Luft springen ist ja alles gut ja ich tu mal da alles weg dass ich ihnen jetzt nichts verliere wir haben übrigens auch Essen also rote Beete können wir auch schon essen ich weiß nicht, können wir die braten? nein ich probier jetzt mal die nix craften wenn du jetzt craftest ist alles hin warte 52 Fackeln ja passt so soll ich die hin tun? ja du sie in die Kiste rein Kiste unterm ja egal wo haben wir noch Eisen? oder haben wir noch einen Eimer? hm Müsse aufhören geht da nicht hin ne dann werde dich nicht anhalten also du musst schon nach unten blicken hm ich verstehe deine Taktik aber irgendwie triffst du mich ich merks warum? wir haben keine Ahnung du triffst alles ja ist das schon mal gut? hm das ist mir egal, da kommt eh nicht raus wenn der creeper explodiert dann schon dann ist er tot, weil die halten nichts mehr aus ich glaube du darfst dich noch nicht bücken wenn du dich bückst, dann sehen sie dich also nicht bücken oh, das war der creeper von oben ach du meine gute na nicht ins wasser, geh weg von unserer unendlichen wasserquelle du bist so ein held, du bist so ein held, was machst du was machst du, warum gehst du ins wasser rein ich wollte mich retten, aber das war nichts das war nichts das kriegen wir schon wieder nicht ja, aber Emily jetzt war da alles für die Katz jetzt sind die ganzen Fakten vielleicht auch noch weg nein, die sind in der Kiste in der Kiste, die gesprengt worden ist ich habe den Creeper oben vergessen oh Mensch, wir stellen uns an wie die ersten Menschen die unendliche Wasserfang kann man sogar noch retten ja, das ist schön Kies, der fällt runter Mist ja doch, ist schon schlimm ja, irgendwie 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 nein, wir schaffen das schon auch nicht die Schlechte ist allein, dass die wieder rauskommen Die weißt du eigentlich nicht rauskommen sollen. Die Fackeln sind sogar noch da. Das ist gut, du möchtest irgendwas. Dann musst du da irgendwie zumachen. Ich repariere mal die wunderschöne Wasser. Das ist so dumm. Das nervt mich so. Moos. Ja, dass das wieder alles kaputt ist. Weil ich den oben vergessen habe. Und du logst in ganz unendlichen Wasserfarben, wo unsere ganzen Kisten sind. Der war nicht so schlau. Ja, das ist mir schon klar, dass das nicht so schlau war. Der Hoppe ist auch wieder weg. Das demoralisiert mich. Was soll ich weg tun? Hoppe! Nein, du, 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 du. Weg, weg, weg. Der kommt. Das Ding, das Skelett. Der Ding ist auch gut. Hilfe! Hilfe! Ein Rettung. Achso, ich habe ja selber noch mal so viel Herzen. Brauchst du Hilfe? Das wäre schon nicht schlecht, irgendwie. Warte, ich habe nur Spitzhörter. Sorry. Ist schon tot. Ja, und da kommt die nächste Spinne. Schon tot. Wir schaffen das. So eine kleine Krise, die wir jetzt verarbeiten. Eine kleine Krise? Du bist eine kleine Krise. Was? Ich bin schon wieder am Verzweifeln hier. Ich nicht. Die Zombie... Ah, du hast wieder... Aha. Die Wasserfarben ist doch wieder da. Super. Die, was noch fließt, irgendwo hin. Nein, die ist gleich wieder... Die ist gleich wieder voll. Ich weiß nicht. Ich kümmere dich um den Bodenblock. Ja Papa, ich kümmere mich um den Bodenblock. Ach, nee. Ich spreng das alles in die Luft. Du darfst es jetzt auch nicht sagen. Ja sicher. Nee, so war es nicht. Wie war es dann? Also ich habe es so in Erinnerung. Meine Erinnerung stimmt. Ich wollte mich retten. Ja. In der Wasserfarm. Warum gehst du in die Wasserfarm? Weil im Wasserfang keinen Schaden vom Creeper kriegt. Ja, aber was bringt dir das, wenn der Creeper vor dir explodiert und alles mitreißt? Die ganzen Kisten. Es ist alles hin. Ich habe alles eingesammelt. Nee. Wo sind die ganzen Kisten? Kisten habe ich nicht eingesehen. Ja, wo sind die Hopper? Den Stuff habe ich eingesehen. Toll. Das ist alles da unten. Alles... Ich war gebückt. Bist du da unten? Ich war gebückt. Sorry. Warum glaube ich, die biegt ein bisschen größer? Warum bin ich dir jetzt runtergefallen? Weil der Weg dann zu klein ist. Aber ich war gebückt. Da kann man nichts machen. Na doch, weil da fällt mir normal nicht runter. Anscheinend warst du nicht gebückt. Spiel hat dann anscheinend so angesehen, dass du nicht gebückt bist. Ich verstehe nicht. Es ist die traurige Wahl. Also wir sind uns hier beim Reparieren... Oh, das ist schon wieder Skeletter. Wir sehen uns hier beim Skelett-Kampf gegen Emily. Sie wird sterben. Wieder. Der hat gerade auf die Schildgürte geschossen. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt dran bei unserem Chaos. Hey, der sieht mich nicht durch die Kuh. Durch die Kuh sieht er mich nicht. Toll. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Werte mich. Kuh, bitte. Nein. Kuh. Kuh. Kuh.